Lukas Steinfeldt, Christian Lehmann, meinem Kollegen, bist du entwischt, jetzt habe ich dich vor die Kamera bekommen. Grüß dich, schön, dass du hier bist. Endlich wieder statt ist, oder? Endlich wieder schön, nach zwei Jahren Corona, jetzt endlich mal wieder Stammmeisterschaften und supergeil. Also freut mich, dass er endlich wieder stattfindet. Die erste Hürde habt ihr gerade genommen, UFC relativ klar geschlagen, oder wie hast du das Spiel gesehen? Naja, war glaube ich ganz deutlich. Wir hätten es glaube ich noch ein bisschen besser ausspielen können, aber für das erste Spiel richtig gut und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Wer wird euch in der Gruppe am gefährlichsten, was glaubst du? Boah, ich glaube Amelts ist ein Geheimfavorit, die haben es echt gut gemacht am ersten Tag, aber auch Wuxel, auch beim Ausparkkampf stark gewesen und mal gucken, da ist alles offen. Und warum holt ihr das Ding am Ende des Tages schon wieder? Bitte? Warum holt ihr das Ding schon wieder? Weil wir eine geile Mannschaft sind, sehr junge, talentierte Jungs dabei und mal gucken. Aber ich glaube, dass wir das Ding holen können. Luca, danke dir. Gerne.